Hallo, grüßt euch. Ich bin der Adrian von E-Commerce International, der Geschäftsführer und Gründer von den Marken Sugar Gang und Sugar Dad. EA International ist einer der größten Player Deutschlands in Sachen E-Commerce im Süßwarenhandel. Hier werden täglich viele tausend Süßigkeiten kommissioniert und versandt. Als einer der größten Süßwarenimporteure des Landes bieten die Onlineshops des Unternehmens die größte Produktvielfalt im deutschsprachigen Raum. Aufgrund des starken Wachstums hat EA International frühzeitig erkannt, dass Lagerung und Versand solcher Mengen an Waren gut organisiert sein müssen. Einer, der sich damit bestens auskennt, ist Marcel. Heute stellt er sicher, dass alle Lagerprozesse reibungslos ablaufen. Angefangen hat er aber als einfacher Kommissionierer. Früher muss man das Lager auswendig kennen. Jede einzelne Position, was natürlich ein langwieriger Prozess ist, man braucht halt Wochen, um sich einzuarbeiten, um wirklich alles zu kennen. Wir hatten hier sehr lange Straßen mit Kontrolleuren, Labelern und Packern. Und die einzige Möglichkeit, um effizienter oder mehr Pakete rauszuschicken, ist halt nun mal mehr Leute dahin zu setzen, was dann natürlich wieder die Kosten nach oben treibt und im Endeffekt wahrscheinlich ein Nullspiel wird. Pulpo WMS brachte Ordnung und Effizienz in die Prozesse. Mit einer Benutzeroberfläche für die Lagerverwaltung und einer nativen Android-App für die Lagermitarbeiter ist eine optimierte Benutzerführung und einfache Handhabung garantiert. Dies vereinfacht und beschleunigt den Auftragsprozess. Wir haben uns zur Pulpo entschieden, weil wir unbedingt ein System brauchen, mit dem wir alle unsere verschiedenen Produkte schnell wie möglich gepickt bekommen, um verarbeitet zu bekommen. Für mich war wichtig, dass wir ein System haben, das cloudbasiert ist, dass alles ein bisschen moderner ist, eine schönere Oberfläche hat von der Arbeit her selbst, dass man auch vielleicht auf Handys anwenden kann oder auf modernere Geräte auf jeden Fall. Noch ein weiterer Vorteil für uns war auf jeden Fall, dass wir jetzt noch verschiedene Chargen einführen konnten für unsere Produkte, weil wir auch verschiedene Produkte von verschiedenen Lieferanten immer zugesendet bekommen und wir jetzt eine bessere Übersicht haben, welche Chargen läuft wann ab, damit wir da auch nochmal Kosten einsparen konnten. Dann ist bei uns noch eine Besonderheit, dass wir Düssigkeitenboxen verkaufen, auch vorgefertigte Düssigkeitenboxen, mit denen wir Kittingtaster stellen können über Pulpo, was vorher immer alles ein bisschen undurchsichtig war, da haben wir jetzt eine gute Transparenz reinbekommen und bis heute läuft das alles vernünftig und reibungslos. Bereits seit mehr als einem Jahr unterstützt Pulpo nun schon das Team bei der täglichen Arbeit. Doch jede Systemumstellung bringt anfängliche Unsicherheiten mit sich. So auch die Einführung von Pulpo WMS. Anfangs natürlich vielleicht ein bisschen, naja, ob das so funktioniert, aber die Einführung ging tatsächlich sehr schnell und innerhalb von zwei Wochen haben wir eigentlich alles Grundlegende eingerichtet gehabt, dass wir wirklich dann im Warenwirtschaftssystem alle Prozesse abbilden konnten. Vor allem das Einarbeiten neuer Mitarbeiter wurde mit Pulpo zum Kinderspiel. Du kannst innerhalb von ein bis maximal zwei Tagen das System auf jeden Fall schnell lernen und dann auch schon als eine voll ausgelernte Kompressionierkraft bei uns tätig sein. Dadurch sind wir jetzt wesentlich flexibler in der Auswahl unserer Mitarbeiter oder in der Rotation der Mitarbeiter und das ist auf jeden Fall für uns auch nochmal ein großer Vorteil gewesen im E-Commerce. Das spiegelt sich im rasanten Aufstieg des Unternehmens wieder, auch dank Pulpo. Das ist sehr intuitiv, sehr simpel gehalten alles. Es geht schnell. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020